Sehr oft gefragt, wie spielt man Terra in Showdown? Wichtig ist, dass möglichst alle ihrer drei Wurfgeschosse treffen. Geht also nah genug ran. Ihr Gadget ist genial für Showdown. Damit könnt ihr gut prüfen, ob sich jemand in einem Busch versteckt, sogar hinter Mauern. Wenn ihr viele Powercubes sammelt, dann wird sie richtig stark und kann in den Nahkampf gehen. Ladet ihre Super auf, indem ihr andere Brawler aus der Distanz trefft. Mit der Super könnt ihr Brawler an Ort und Stelle halten und sie zusätzlich treffen. Ich verwende in Showdown ihre erste Star Power, weil da ihre kleine Schattenmacht erscheint und andere zusätzlich angreift. Viel Spass mit Terra.